Hallo meine Lieben, heute ist zwar schon der 25. aber ich hatte gestern leider keine Zeit. Ich denke mal ihr versteht das und deswegen mache ich das heute noch auf. Wir haben einmal den 24. und einmal den Heiligabend. Ich mache erstmal den 24. auf. Oh, eine Dose. Ganz viel Schmuckzubehör, da freue ich mich sehr, machen wir mal auf. Hier sind Perlen drin, Acrylperlen, sehr schöne Farben. So welche Perlen? In einer Herzform, die sind sehr niedlich. Dann haben wir hier ein paar Ohrstecker, die sind auch sehr schön. Ein paar Blütenkelche. Die sind sehr schön. Schlüsselanhänger, Herz im Grund und einmal Blume. Ganz viele verschiedene Farben. Rädchen, ich sehe gerade mein Akku blinkt, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Schlüssel, sehr schöne. Dann Perlenkappen, da haben wir auch tolle dabei. Sehr schöne goldene. Sehr schöne Perlenkappen. Ränge, Verbinderränge. Hier sind so Anstecknadeln und Skoyer-Schlaufen drin. Hier haben wir Flügel ganz verschiedene. Auch sehr schön. Und Glöckchen. Und Ei-Pins noch. Und natürlich so eine tolle Schale von Teddy. So, jetzt machen wir noch Heiligabend auf. Oh, eine selbstgemachte Box. Und da steht Badepralin auf. Sehr cool. Die Box ist auch sehr schön. Oh, und da hat sie mir vier Herzchen gemacht. Badepralin. Sehr schöne Päckchen am 24. Ja, dann ist es auch schon vorbei. Leider. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich auch nochmal bedanken. Und immer wieder gerne. Und ich wünsche euch noch schöne Tage. Und dann einen guten Rutsch. Tschüss.